Danke, Mary. Guten Tag, Ladies und Gentlemen. Bevor wir zum Highlight des heutigen Tages kommen, der Peter-Raven-Show, noch eine kleine Einmeldung. Am Hundstaufen-Gymnasium wird jeweils am 18. und am 19. Oktober das Theaterstück Hexenschuss aufgeführt. Ein charmanter Fernsehmoderator hat eine Affäre mit einer Pilotengattin. Doch während ihres Rendezvous geht einiges schief. Von Klempnern, Klavierstimmern bis zu klapprigen Wirbeln ist alles dabei. Also vergessen Sie nicht, sich ab Montag, den 24. September, in der ersten und zweiten Pause in der Aula Karten zu sichern. Gott möge sie leiden. Und weiterhin Dexter. Ah, 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 klappt. Peter-Raven 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 Da, la, la, la Na, na, na Ah, ah, ah Untertitelung des ZDF, 2020